Der wird wieder verliebt. Okay, was ist hier? Wow! Okay, bloß weg. Okay, so. Okay, wow! Okay. Wow! Geil. Das war knapp. Aber wo muss ich hin? Das ist total komisch. Nee. Ich glaube, jetzt bin ich ganz oben, aber... Wow, 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 wow. Das hat wieder kurz gelackt. Okay. Äh, ich näher mich einem. Äh. Äh. Hä? Wo ist es denn? Äh. Ach, der ist da, bestimmt. Wo? Äh. Äh, was ist das denn? Äh, was ist das? Oh mein Gott, jetzt greifen wir so auch noch Tiere an. Lol. Oh mein Gott. Okay. Das ist ja auch lustig, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, so. So. Okay. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, egal. Okay, und? Uh, da unten. Und da oben auch noch einer. Ja, natürlich. Ja. Mann. Komm. Komm jetzt. Mann. Oh Mann, ja. Fick dich doch. Mann. Oh mein Gott. So, hier war doch auch einer. Ja, da. Okay. Habe ich dich doch. Nee. Karte. Na ja, geil. Geht grad nicht. Okay, da kommt der. Okay. Ich habe echt lange Nasen, ey. Wie Pinocchio. Okay. Zack. Wie die brüllen, ey. Okay, ich näher mich einer. Äh. Ah, hier oben. Hä? Nee. Ah, doch wahrscheinlich hier drin. Hä? Nee. Boah, ich hasse solche Level. Das ist, wo man nie weiß. Wow, nee. Wo man hin muss. Okay. Hä? Hä? Hä, wo ist der? Ich höre die ganze Zeit so Schritte, aber... Okay, da drauf vielleicht. Zack. Nee, grad nicht. Wo muss ich hin? Verdammt. Ah, geradeaus. Äh, scheiße. Nee. Ah, da ist der! Ah, okay. Okay. Dann. What the fuck? Oh Gott. Haha, ich stehe hinter dir. Dreh dich um. Oh Mann. Okay. Wow. Ein Leckschnitt. Okay. Okay. Ja. Ich muss hier hin, aber... Ah, wow. Ah. Ah, so. Ah, okay. Jetzt bin ich hier... Wow. Und, äh, hier war ich noch nicht. What the fuck? Nein, nicht runter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach, scheiße, es war so klar, dass der mich sieht. Ja. Nee. Nee. Nix. 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 Nix da. Oh Mann. Oh Mann. Wie der aussieht. Oh Mann. Okay. Äh, ja. Oh, die Wolken ziehen da oben. Das ist... Das ist... Cool. Ja, genau. Fuck weg. Und, äh, zack. Heißkaltchen mal. Okay. Guck mal, was hier drin ist. Nix. Okay. Äh, was ist... Oh Gott, was ist das denn? Wow. Nein. Oh fuck. Oh fuck. Äh, oh Gott, da ist er. Oh Gott, geh bloß weg. Geh bloß weg. Mann. Gott, hau ab. Hau bloß ab. Äh, nee. Ich häng mich hier dran und du siehst mich nicht mehr. Okay. Da ist noch ein... Äh? Was zur Hölle ist das? Ein Schwein. Ein Wildschwein. Hup. Okay. Ach, jetzt werden wir auch noch von Tieren verfolgt. Okay. Das ist auch... Oh Gott. Ja, komm. Scheiß... Mann. Scheiß wie. Okay. Ich mach das mal so. Wow. Nein! Nein! Hä, was ist das denn? Oh Gott. Äh. Oh fuck. Äh. Scheiße. Hell und Kyle. Ja. Ich muss... Ich bin, äh. Runter gefallen. Oh Gott. Äh. Muss ich das alles nochmal mal machen? Und ich hab keine Items. So rar. Scheiße. Okay, wir sehen uns dann da gleich wieder. Okay, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Etwa hier an der Stelle. Und, äh. Ich bin jetzt so ziemlich eigentlich durchgelaufen, weil ich ja wusste, wo es war. Und, äh. Ja, hier rechts sieht man halt diese ganzen Dinger da, wo ich da letztens war. Und, äh. Das kann ich jetzt nicht nochmal, was ich da eben gemacht hab. Okay, komm. Oh Mann. Wieso sehen die mich denn immer? Das ist total scheiße. Wow. I-i-io. Klar, jetzt haben die auch noch so Granaten. Wann. Mann. Ja, scheiße. Ja, jetzt kommt ja auch noch sowas. Oh Gott. Nee, das wird mir zu viel. Ganz ehrlich. Jetzt kommt... Das wird mir zu viel. Ganz ehrlich. Wir werden angegriffen. Ja, okay. Kletter hoch. Nein. Äh, weil die unten stehen. Ich hab nämlich keine Heilung. Gar nichts. Ich mach eben mal ein Save State. So. Okay. Ich muss ja nicht alle Gegner besiegen, aber es wär halt schön, wenn... Okay, komm. So. Da oben ist auch noch einer. Oh, das ist, glaub ich, der Endpost. Ja, genau. Das ist der Endpost. Jetzt hier. Okay, das ging jetzt ziemlich schnell. Aber gut. Okay, jetzt kommen wir schon an eine Katze hin. Ja. Danke euch. Danke. Hier, das könnt ihr gebrauchen. Oh. Jetzt lernst du zu fliehen, Bauer. Was soll der denn jetzt benutzen? Er hatte keine Waffe. Er ist ein Bauer. Ein Insekt. Insekten sind mehr wert als ihr, ihr Mörder. Ja. Okay. Äh, jetzt kommt wahrscheinlich... Ja. Okay, ich... So. Okay, ich darf mich jetzt... Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich, äh... Bin jetzt gleich am... Am Losen. Äh, das werde ich nicht überleben, glaub ich. Wow. Ja. Okay, ich lade den mal. F3. Äh, nee, das war... Ein scheiß Self-State. Naja, obwohl. Ist direkt hier. Okay. Äh, diese Katze hin drücke ich dann mal weg. Ah ja, mit X kann man die einfach wegdrücken. Okay. Okay. Okay, wow. Ich darf mich treffen lassen. Das ist scheiße. Okay. What the fuck? Kann man den auch irgendwie... Oh ja, gut. Pfff. Okay. Äh. Ha. Oh mein Gott. Oh nein. Oh Gott. Ich darf mich jetzt nicht so vorn treffen lassen. Das ist scheiße. Dass ich überhaupt keine Items habe. Okay. Okay. Okay, da steht der. Dreh dich um jetzt. Pff. Ja. Geht doch. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Komm jetzt. Hey, Mann. Oh Gott. Ja, ich habe keine Items. Das ist total schwierig. Oh Gott. Okay, komm. Okay, so. Yeah. Okay, nochmal laden. Scheiße. Oh, wieso ist der so gut? Das ist doch total scheiße, so. Okay. Das mache ich jetzt. Ich probiere jetzt nochmal, ob ich hier mal einen machen kann. Vor der Cutscene. Ich danke. Oder hier, genau. Da habe ich jetzt mal einen gemacht. Okay, und los. Oh Gott. Äh, Mann, der. Das ist so scheiße, dieser Gegner. Oh, ohne Items. Okay. Ist der? Da ist er. Okay. Wow. Oh, Gottes Willen. Oh. Mann, hau jetzt ab. Oh Gott. Hau ab. Oh, Gott. Meine Fresse. Wow. Oh, Mann. Wie lange sieht er mich denn? Hä? So, jetzt. Da ist er. Okay. Ich muss warten, bis der sich umdreht. So, ey, da kann ich anrollen. So. Jetzt. So. Und? Weg hier. Oh, so. Wow. Oh. Okay, komm. Okay. Okay, weg. Los. Weg. Der zieht sich auch so viel ab direkt. Das ist ja auch... Oh, Mann. So. Ey, das gibt es nicht. Geile Musik. Okay. Okay. Zack, zack, zack. Okay, weg hier. Okay. Äh, ja. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Wow. Mein Gott. Äh, ja. Okay, wenn es hier umgedreht. Okay, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay, komm. Oh Gott. Ja! Oh Mann. Das ist doch scheiße. Wieso? Der hat ja nur noch 5,4 points. Ach. Diese ganze Scheiße. Mal. Oh Gott. Okay. So, ganz ruhig jetzt. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay. Aber ich kann es schaffen, wenn ich das immer so mache. Nein, was... Oh Gott. So. So. Falsche Taste gedrückt. Okay. Komm. Zack, zack, zack. Okay. Gar nicht umdrehen lassen. Zack, zack, zack. Oh Gott, so. Jetzt hat er das Junge drin. Scheiße. Okay. Dann, äh, so. Tür rum. Oh Mann, ja. What the fuck? Hau ab, komm los ab, bitte. Nice. So. Okay. Oh Mann. Zum Glück zieh in der Mitte diesen Paul. Zack, zack, zack. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Hau los ab. Okay. Okay, hau ab. Hau ab. Oh. Meine Fresse, so. Okay. Oh, kann der mich mal. Oh. Okay, so. Okay. Ist er? Er soll sich umdrehen. Er soll sich umdrehen. Jetzt hat er viel Knopf in der Nase. Okay. Dreh dich jetzt mal um. Junge. Dreh dich um jetzt. Ich dachte, er ist doch doof. Können wir sich jetzt mal richtig rumdrehen? Dann geh ich halt andersrum rein. Geh ich halt so rum rein. Oh ja, jetzt. Jetzt auf einmal oder was? Ja, jetzt ist er auf einmal so rum, oder was? Ja, ich will mich nicht töten lassen. Das ist scheiße. Gott, dann geh ich halt wieder so rum. Okay. Ah, jetzt dreht er sich so. Gut. Hä? Ah, jetzt läuft er. Scheiße. Okay. 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 Komm. Zack, zack, zack. Okay, back. Hau bloß ab. Hau bloß ab, du scheißt du. What the... Oh Gott! Ich hab keine Items. Überhaupt nix. Das ist total... Scheiße! Oh Gott! Oh! Aha! So. Okay. Oh! Aha! Ich kann hier draußen weiterkennen. Okay. Ich muss ihn nur noch einmal richtig treffen. Oh! Oh, ich bin... Meine Fris! Ich hab ihn endlich, endlich, endlich. Oh! So, Katzin. Lach nicht so, Scheiße. Ihr sollt sang- und klanglos sterben! Mann! Mann! Oh, trotzdem noch Meuchler, okay. Ja, jetzt... Hm. Egal. Weiter. So, und dann mach' ich nach den Cutscenes jetzt noch mal einen Schnitt, weil das muss erst mal für heute reichen, die Aufnahme. Also erst mal speichern. Und, äh, ja. Dann, äh, ja. Jetzt kommt hier schon eine Katzin. Äh. Ja. Ah ja, Katzin, okay. Nehmt! Nehmt sie! Was ist das? Ihre Karte, sie zeigt ihren geheimen Hafen. Bitte, rettet unser Dorf! Oh! Euer Tod war nicht vergebens. Ich, Rikimaru, schwöre es. Ich muss die Dorfbewohner retten. Was ist das? Okay, der Geheimrafen. Halten sie nach dem Waffen mit dem Wachenausschau? Wo freien sie doch... Oh Mann! Naja. Okay. Jetzt guck ich mal. Giftreis, wer ist das vorübergehend gelähmt? Von dem ich auch mal zwei Stück. Und Berufmesser hab ich gar keine. Okay, das mach ich dann beim nächsten Mal alles. Das Level. Und, äh... Oh Gott, da kommt die Ritter, hoffentlich, zu. Da. Okay, äh... Ne, dann, äh... Mach ich das, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich mach jetzt hier Schluss. Also, bis denn damit. DJMIT123 und Rikimaru. Ciao, ciao! Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020